Corona Nervt Hallo, ich heiße Jana und bin acht Jahre alt. Vor ein paar Tagen hatte ich die Idee, ein Spiel zu basteln, das Corona Nervt heißt. Das letzte Jahr war für mich manchmal ein bisschen nervig. Maske, Homeschooling und viele neue Regeln. Aber eigentlich geht es mir gut und das Lachen lässt mich mir trotzdem nicht nehmen. Vielleicht bringt euch mein Spiel auch ein bisschen zum Schurzeln. Viel Spaß damit und verliert nicht die Nerven. Hi, hier ist Florian vom H2U Verlag. In den letzten Wochen haben wir das Spiel Corona Nervt vom Prototypen zur jetzigen Fassung für Kickstarter weiterentwickelt. Corona Nervt ist ein spannendes Kartenspiel, in dem du probierst deine Nerven zu behalten. Davon hast du am Anfang fünf und die fünf Coronas, die du hast loszuwerden. Wer zuerst seine Coronas losgewonnen ist, hat gewonnen. Ihr habt dafür 60 Aktionskarten, Coronas spielt ihr eine und wer das am strategischsten macht und ein bisschen Glück hat, gewinnt das Spiel. Wir freuen uns sehr, dass wir Corona Nervt weiterentwickeln durften und damit auch etwas Positives aus dieser schwierigen Zeit für uns alle gewonnen haben und das wollen wir mit euch teilen. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die Kickstarter Kampagne von uns hier Corona Nervt unterstützt und es mit uns gemeinsam Wirklichkeit werden lasst. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Hoffentlich nervt Corona uns bald nicht mehr. Zuhören. 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 Untertitelung des ZDF, 2020